Moin Chefs, willkommen zurück zu Pokémon Blau. Das hier wird wahrscheinlich noch eine kürzere Aufnahme als die vorher. Du bist so ein Arsch, mach mal längere Parts. Nee, weil wir jetzt wirklich nichts mehr zu tun haben hier. Das ist der Witz. Wir haben das ganze Spiel durchgespielt. Wir haben die stärksten Pokémon mitgenommen und ich meine, was wollen wir mehr? W-w-w-wollen wir jetzt mehr? Ich merke jetzt gerade mal, dass wir Klabauta gar nicht gebraucht haben, aber den lege ich mal ordentlich jetzt schnell ein in das Pokémon-System, damit ich noch jemanden besuchen kann. Ich habe nämlich noch einen Kumpel. Einen Kumpel habe ich noch. Wisst ihr welchen? Ja, einen Kumpel habe ich nämlich noch. Und dann wollte ich mal gucken, wie es dem jetzt so geht. Einen Kumpel. Also so gesehen, mein Kumpel, der ist schon cool. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie ich noch meine. Ich habe manchmal, ich habe einmal einen Kommentar gekriegt, wo wirklich sich ein, ein YouTube, ein Mensch hat sich daran erinnert, dass es den noch gibt. Und dann wusste ich es auch erst mal wieder. Ich habe es erst eine Zeit lang auch wieder vergessen. Aber hey, mal gucken, was hier so einfach ist. Moin Chef. Ich bin wieder da. Habe ich überhaupt genug Geld? Uri hat sich toll entwickelt. Es ist um 25 Level gestiegen. Hast gut, ne? Möchtest du noch haben? Oh, ich bin leider... Mir fehlen 150 Thaler, damit ich das machen kann. Wie unsinnig ist das denn bitte gerade? Okay, dann muss ich jetzt noch ein bisschen broken. Also, ich muss jetzt so gesehen ein bisschen Geld verdienen. Aber ich das mache, indem ich irgendwelche Leute verprügel oder nicht. Ich kann ja die Pokémon-Liga nochmal machen, damit ich ein bisschen Cash in die Kasse kriege hier. Aber das ist mir dann doch zu doof. Ich glaube, ich gehe einfach mal in den Laden und versetze meine Goldzähne. Hallo? Bist du bereit zu handeln, Kerl? So, kaufen möchte ich nicht. Das ist mir zu doof. Nein, ich möchte irgendwas verkaufen hier. Das, Metronom. Ne. Ne. Hyperheiler jetzt. Kannst du ein paar haben. Machen wir mal fünf, so sechs, so zack. Hier, nimm mit. So, 42, 55. Och, Mann, Leute. Jawoll. Hoch, links, hoch, links, hoch, rechts. Och, Gott. Ich kann es gar nicht glauben, dass Pokémon schon vorbei ist. Das ist so ein bisschen, wie wenn man irgendwo kündigt und dann so durch die Gegend fährt und dann sich nochmal seinen Job anguckt und denkt, ja, hier war es so viel früher. Ist schon schön. Oder bei mir damals bei der Bundeswehr, als ich da weggegangen bin. Da war das genauso. Da guckst du dir alles nochmal an und denkst, ja, deine Frist ist jetzt vorbei. Du erinnerst dich nur an die schönen Sachen. Du erinnerst dich nicht an Sabrina und Koga. Mh, mh, gar nicht. Und das ist Knuffenser, hey. Du bist ein Stargast, weißt du das? Das ist der letzte Part von Pokémon und du machst hier sowas. Mensch, es ist Kinder. So, tschüss. Cheerio. Okay. Alter Mann, ich hab das Geld. Oh, sehr gut. Hier, 25 Level. Hast gut gemacht, ne? Bist schon eine coole Sau. Gib her jetzt. So, da hätten wir Uri zurück. Uri hat sich nicht entwickelt, aber Uri ist mittlerweile auf Level 35 und kann es hier nicht wegteleportieren. Das wäre ja zu einfach gewesen. So, in das letzte Pokémon Center zurückkehren. War das eine Frage? Habt ihr gerade gesehen, wie sich die Grafik verändert hat? Das sah komisch aus, nicht wahr? So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Nein, das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich glaube, so als pensionierter Pokémon Champion, da hat man es doch ein bisschen leichter, wenn man wieder nach Hause fährt. Okay, dann fliege ich mal eine Runde. Mama, Mama, ich bin wieder da. Ich habe die Pokémon Liga geschafft. Hatten wir ja im letzten Part schon. Und jetzt wollte ich eigentlich schön ins Bett gehen. Vielleicht vorher noch eine Runde Super Nintendo daddeln. Die Reise kann beginnen. Na, das macht keinen Sinn. Die Reise ist nämlich jetzt vorbei. Leute, Pokémon Blau ist jetzt zu Ende. Wir beenden das Ganze da, wo wir angefangen haben. Resümee. Ja, ich soll ein Resümee ziehen. Ich. Ich kann das ja auch so schlecht. Also, ich fand es super. Ich fand es super geil. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Mehr als die ganzen anderen Projekte. Also, ich fand es echt lustig. Also, von daher, ich fand Pokémon schon richtig geil. Ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist. Aber Pokémon, das war für mich schon mein Lieblingsprojekt. Und jetzt ist es vorbei. Pokémon Blau ist zu Ende. Was wird da jetzt kommen? Pokémon Kristall. Auf jeden Fall. Wir machen mit Pokémon weiter. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall irgendwas aus der zweiten Generation. Ob jetzt Gold, Silber, Kristall. Eigentlich muss ich das nochmal überlegen. Weil ich Kristallo irgendwie scheiße finde. Also, ich muss da nochmal drüber nachdenken, was ich da jetzt genau angehen werde. Aber auf jeden Fall werdet ihr meinen Kanal nicht ohne Pokémon erleben. Das geht nicht. Also, ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen schon anfangen, das nächste hochzuladen. Also, von daher, das geht ja wie am laufenden Band. Obwohl, nee, ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich werde jetzt erstmal eine Pokémon-Special-Sache. Werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Also, es wird jetzt zwei, drei Special-Videos geben zu Pokémon. Sogar vielleicht noch ein paar mehr. Und, ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Let's Play. Tschüss, Leute. Bis dann.